Über 120 Muskeln, 100 Gelenke und 220 Bänder Naba. Die menschliche Wirbelsäule ist ein mechanisches Wunder. Es sind 13,5 Millionen Neuronen, die Befehle vom Gehirn an den Rest des Körpers übertragen. Die Rückenmuskulatur arbeitet kontinuierlich, um ihre Wirbelsäule zu stützen, auch wenn sie liegen, sitzen oder stehen. Um zum Beispiel auf einen Monitor oder Smartphone zu schauen, schieben wir den Nacken in eine unbequeme und unnormale Position und verursachen somit auf lange Zeit gesehen chronische Nackenschmerzen. Ihre Wirbelsäule kann sich nur im Schlaf entspannen. Dazu benötigt der Körper die richtige Unterstützung. Der Durchschnittsmensch schläft etwa 26 Jahre in seinem Leben, was etwa 9.490 Tagen oder 227.760 Stunden entspricht. Warum ist erholsamer Schlaf so wichtig? Unser Körper ist Tag für Tag Belastungen ausgesetzt. Körperliche Arbeit, langes Sitzen und Stehen haben Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Suche nach der richtigen Matratze ist oft so komplex, wie Menschen verschieden sind. Für eine richtige Kaufentscheidung sind neben Körperbau, Gewicht und Körpergröße auch unterschiedliche und wechselnde Schlafgewohnheiten zu berücksichtigen. Für diesen Entscheidungsprozess bietet die Matratzenrevolution von Wellity eine innovative Lösung. Wir ermöglichen jedem Kunden, Architekt seines eigenen Schlafes zu werden. Ergonomische 5-Zonen-Wellenschnitt-Lamellenschnitt-Körpersystem sorgen für die optimale Entlastung während der Ruhephase. Diese besonderen Materialien in Verbindung mit der einzigartigen Verarbeitung sorgen für ein noch nie dagewesenes Liegegefühl. Die Wellity-Matratzen wurden speziell entwickelt, um ihre Wirbelsäule zu unterstützen. Jede Komponente unseres Hochleistungsschlafsystems ist auf eine korrekte Schlafhaltung ausgelegt. Diese Position ist nur möglich, wenn ihr Körper auf seiner gesamten Länge so gestützt ist, dass ihre Wirbelsäule in einer natürlichen Position ruht und sich dabei locker senkrecht zu ihren Hüften und Schultern befindet. Der Rücken kann sich nur dann vollständig entspannen, wenn sich ihre Wirbelsäule in dieser Position befindet. Ihre Muskeln schützen ihre Wirbelsäule den ganzen Tag. Sie verdienen nachts eine Pause. Laut medizinischer Forschung leiden über 80% der Menschen irgendwann an Rücken- und Nackenschmerzen. Die Stühle, auf denen wir sitzen, die Schuhe, die wir tragen, der Sport, den wir treiben, der Stress in unserem Leben. All dies trägt zu Rücken- und Nackenschmerzen bei. Unabhängig davon, ob sie unter Schmerzen im unteren, mittleren oder oberen Rücken- und Nackenbereich leiden, gibt es Lösungen. Das Wellity Schlafsystem ist mit fünf ergonomischen Zonen auf höchstem Niveau ausgelegt. Die fünf Zonen der Matratze sorgen für eine optimale Entlastung während der Ruhephase. Jede Seite der Matratze ist so kalibriert, dass Schultern, Rücken, Hüften und Beine separat gestützt werden. Unsere allergikerfreundliche Wellity Matratze besteht aus zwei Schichten und zwei Überzügen und lässt sich dadurch individuell auf die Bedürfnisse jedes Schläfers abstimmen. Die Kombinationsmöglichkeiten sorgen für eine Vielzahl an unterschiedlichen Liegegefühlen. Die fünf Zonen Lamellenschnitte wurden so konzipiert, dass sie die fünf Körperzonen optimal unterstützen und ihrem Rücken dabei helfen, sich über Nacht zu regenerieren und unschlagbaren Komfort zu schaffen. Unsere Lamellenschicht besteht aus hochelastischem und langlebigem High-Resilience-Schaum. Seine regenerative Wirkung beruht auf der Ableitung aus der Dorn-Therapie. Jede Matratze besteht aus zwei Schichten und hat einen Bezug, der ebenfalls zwei verschiedene Seiten hat. Daher können Sie diese eine Matratze in vier verschiedenen Varianten verwenden. Vier Liegekomforts, eine Matratze. Die speziell von einem Experten-Team entwickelte Matratze lässt sich dank eines umkehrbaren Kernes und Bezuges individuell an vier verschiedene Matratzenkombinationen anpassen. Sie können die Matratze einfach drehen und somit auf Ihre persönlichen Komfortbedürfnisse anpassen. So erhalten Sie zusätzliche Unterstützung für die Lendenwirbelsäule, falls Sie dies wünschen oder benötigen. Memory-Schaum. Diese Schicht besteht aus hochwertigem Visco Memory-Schaum. Diese Schicht ist die weichere der beiden und bietet einen angenehmen Komfort beim Liegen. Die offenen Poren der Schicht sorgen für eine gute Luftzirkulation und aktive Temperaturregelung. Dank der Hochdruckpunkt-Elastizität des Memory-Schaums passt sich die Matratze perfekt Ihrem Körper an. Noppenstruktur und Massageeffekt. Die Noppenstruktur unterstützt die Durchblutung. Alle lebenswichtigen Druckpunkte des Körpers werden so unterstützt, dass das Blut ungehindert zirkulieren kann. Schlafen Sie in den heißen Sommernächten angenehmer. Outlast-Material bietet die bekannte Thermoregulierung, die sich zusammen mit der gesteppten Klimafaser aus der Matratze erwärmt. Der Luftstrom sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich und reguliert die Feuchtigkeit. Am Ende wachen Sie erholt auf. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, genau richtig. Wellity-Matratzen offiziell als ergonomisches Produkt zertifiziert. Die Interessengemeinschaft der RückenschullehrerInnen e.V. hat Wellity-Matratzen gründlich getestet. Sie haben in diesem Test außergewöhnlich gute Leistungen erbracht. Abnehmbare Bezüge. Die Bezüge der Wellity-Matratze sind abnehmbar und können in zwei Hälften geteilt werden, sodass sie bei maximal 60 Grad Celsius problemlos gewaschen werden. Wir können versichern, dass die verwendeten Materialien ökologisch unbedenklich, schadstofffrei und vom globalen, unabhängigen und Zertifizierungssystem Ökotex 100 zertifiziert sind. Zudem zeichnet sich das Material durch eine überdurchschnittliche Fähigkeit zur Feuchtigkeitsregulierung aus und ist somit resistent gegen Milben und unempfindlich gegen Pilze und Bakterien. Mit dem Wellity-Schlafsystem können Sie Ihre Energie wieder aufbauen, Ihre Kräfte im Tiefschlaf wiederherstellen und Ihren Körper und Ihre Seele von Nacht zu Nacht für den nächsten Tag wieder aufladen.